Jo, hi, willkommen, mein Name ist AdiroiP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir gegen Ritter Afa gekämpft, einen Boss, der sich ausstellt als so ein kleiner Clips namens Attack oder Attack, der da irgendwo im Museum drin ist. Ich habe Offscreen wieder so lange getrainiert, bis ich kurz vor Level 16 bin. Ich habe... was habe ich noch gemacht? Ich glaube, Kampfregeln, irgendwas. Ich weiß jetzt aber nicht mehr. Ich glaube, ich habe so viele Kämpfe gemacht, bis ich beinahe 100 oder 200 Kämpfe gemacht habe. Hier, 197 Kämpfe auf einem mittleren Schwächkeitsgrad oder höher. Da sind wir auch kurz vor, den Titel zu bekommen. Die Aktion. Und mehr habe ich jetzt eigentlich nicht gemacht. Und ich will die Karte aufrufen und drücke die ganze Zeit die falsche Knöpfe. So, jetzt gehen wir mal endlich zum Stern gehen, der uns letztens vorbehalten wurde. Aber heute war ein beschäftigter Tag in Sachen Aufnahmen. Vor zwei Stunden habe ich angefangen aufzunehmen. Und zwar einmal ein Part Dragon Ball Xenoverse. Dann zwei Parts Kingdom Hearts, dem finalen Boss. Und jetzt Tales of the Serial. Also ich habe alle meine aktuellen Projekte heute aufgenommen. Auch irgendwie gut. Hatte ich auch noch nie. Aber ich habe heute irgendwie Bock. Ein bisschen voraus aufnehmen kann ja auch nicht schauen. Was hast du zu sagen? Ja, ich habe auch noch nie. es war müssen eigentlich unser serafen immer alles in frage stellen aus der story deswegen will ich irgendwie genau das machen wir die nicht sagen ein hirte soll dies und das nicht machen ich habe irgendwie so das gefühl das wird uns irgendwann in den hintern beißt wird wir genauso handeln wie hirten zuvor deswegen werde ich genau das gegenteil machen wird die mir raten werden ich weiß das klingt jetzt irgendwie voll wie ein misskerl aber egal ich möchte jetzt mal zum dings gehen jetzt zu einem gasthaus und gucken ob da ein skid aktiviert wird außerdem haben wir keine sk also ich irgendwie unlogisch findet die sich nicht heilen nach dem kampf man muss nur abwehren und dann hat man wieder welche so hätten sie auch so machen können hat man die heilt was ist hier von neu super nehmen wir mal das hier es geht in der in der in der in der in der sommer wenn wir das gefühl alles was zur gemacht wird irgendwie von jemandem hinterfragt da kommt mir das nur so vor egal ab anfang wurde ja immer so gesagt du bist so unglaublich dann hat mir auch nicht so gefallen ich hasse es ist wenn irgendwie hauptcharakter so gehypt werden ja da kommt das in vielen animes und so vor was ist wenn irgendein überpowerte charakter irgendwie eine an wie vorkommt dann kriegt diese serie wahrscheinlich nicht aber naja weiter in der story von tales of hysteria da ist sie meine tochter ruht auf diesen friedhof sie liebt bücher aber alles cool story suche nach der frau die bücher getragen hat weil wir hat nicht sie war ebenfalls ein bücherwurm jetzt sagen wir nicht diese frau waren geist oder irgendwie sowas sie hat doch schon kommen ich gucke mal ja nach dem grab sie war ebenfalls ein bücherwurm oh holz brennen verdammt ich dachte ich hätte feuer gemacht dass sie doch lasst doch andere leute ihre kranken vorlieben behalten soll nicht unser auf dem schausch die nur in janäzow harassa e to go send also mal Ich bin der Fall auf der Hand. Eine Frage ist das, was ich zu retten? Ist das ein Gerät? ... oder? Ich habe mir immer noch mit meiner Mutter und meiner Frau einen Schubel gearbeitet. Ich habe viele Menschen, die nicht so gut gemacht und nicht so gut ist. Ich habe mir etwas, was ich schrecklich, hätte sie rückwärts. die geklaut oder wat okay ich wollte schon sagen okay man hat gestohlene bücher war kann ich verstehen aber also du auch erden bewohner also wenn das jetzt ihre eigenen bücher gewesen wären hätte ich gesagt ob du kannst du noch machen was sie will aber die gestohlen waren es hat ja wieder was anderes so dieses ding was wir jetzt was gekriegt geld oder ja da hat man bekommen bibliothek von malin wie soll ich jetzt schon gegen den drachen kämpfen oder wir sollen ja erst mal zum dachen gehen haben sie gesagt also zum ding ins hier zum fuß des großen baums ach da ist ein baum sich jetzt sehe ich dann auch erst mal danke wie das was das ist das ist Ich dachte, wer kommt jetzt mit dem Drachen zurück? Was? 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 Sama Elish Oh, dann, back to business. ich dachte wir wollten gerade verhindern dass wenig licht da ist wenn du hier meine hilfe braucht sagt einfach bescheid ich muss tun was ich tun kann um für alles schlimme zu grüßen was ich erzähle und getan habe okay auch da muss ich so hart mit hier zu sein okay dass das das agath das haus ist ich finde die sonnenball einfach gut wui Oh, Nunu, Nunu... Super力! Ich kann nur noch ein Mal helfen! Oh! Oh, das ist gut. Sorry. Ich will. Ich will. Jetzt ist es! ja und jetzt ganz leise natürlich kaputt machen das nehme ich an gott drachenkampf ja wieder starr wind ja wind haben wir gerade nicht und der kurze vorstehe ein drache zu werden wenn wir nicht schlagen können dann haben wir gegen ihn ein was dann haben wir gegen einen echten drachen keine chance also einig unsere angriffe funktionieren nicht wenn er in der luft ist versuchen wir eine seine bewegung vc und sprechen zu reagieren nein das wollte ich nicht so kommen ich habe keine sk war ich vergesse mal ab jetzt aber lange folgt ist irgendwie nicht war echt wir haben erst 1300 abgezogen man okay so kann man auch machen stimmt nein ich will nicht mit leo man habe ich irgendeinen wind angriff ja den hier der neue und himmelsstrom ne der ist wasser aber der ist wind der neue angriff da haben wir noch gar nicht gesehen habe ich noch gar nicht eingesetzt fällt mir gerade ein wenn ich die ganze zeit etna gespielt habe so komm her das ist mehr so blitzmäßig ne wenn man ja mehrere elemente einsetzt dann werden die angriff irgendwie so blitzmäßig ich habe ein feuer angriff merkt gerade ich muss mal kurz gucken habe ich irgendwie so windangriff hier die haben gar kein element doch nee geht das hier hat es hilfe aber warum sind die bosse so stark ein bisschen dinge einsetzen können den super angriff gewerkt mit dem angriff daneben nein falsche richtung seit wertschritt gemacht ich kann nicht sagen dass die kämpfe langweilig sind da sie so stark sind wenn aber immer einseitig weil ich die ganzen angriff hier wiederholt einsetze nein 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 zurück zieht er nicht so viel ab wie die restlichen bosse wer ist das ding überhaupt jung drache hätte ich geraten ein mal ich mal hoch und gott und das zieht so wenig ab schon einen kann man auch machen da war nicht gut hilfe er macht da wieder sehr gut müdigkeit ward ich wollte eigentlich auf mich ein bisschen heilung danke jetzt reist doch mal hier selbst jetzt nicht im wirbelwind die ganze zeit ein wir sind so gut wie fertig mit dem und der macht jetzt neue so schwärigkeiten jugend achten ich wollte gerade sagen du musst noch ein paar level ätter neues art seelenkuhl wind meister hat als man ok an kenntnis zum titel blablabla oh also also anata malin kagoten kagoten rohan da die 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 Ich bin hier Alisha-Diufda. Die Eindrücke wurden auf der Kurschreite in der Hügel-Fügel. Aber ich kann mich immer wieder auf die Kurschreite. Wenn du jemanden brauchst, dann werde ich. Deshalb... bitte bitte eine Einmal für mich! was ich das sei mann tomo ischina hime san dana oder gar mir zwischen sich schuss ich noch das wird doch irgendwas feinlicht ich verstehe es ich habe Das war's für heute. Ich sehe nur ein Hjohmann. Das ist ein Hjohmann, aber sie werden nicht verletzelt. Ich kann nicht hinterlassen, dass die Hjohmanns-Hjohmanns. Woher ist er? Sie sind in der Hjohmanns, als weit nie? Entschuldigung, dass die Hjohmanns nicht zu retten. Aber wir werden jetzt die Stadt entfernen. Die Hjohmanns-Hjohmanns-Hjohmanns-Hjohmanns-Hjohmanns-Hjohmanns-Hjohmanns-Hjohmanns-Handt. Okay. Deswegen für Regionen Marlin wurde wieder hergestellt. Okay. Attack hat hier... Gehört jetzt mit Jena als Land. Ja, werde ich alles im nächsten Part herausfinden. Aber jetzt möchte ich erstmal speichern und den Part beenden. Okay, okay. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.